DAS HÖRT DER GAR NICHT MEHR AUF, WIE LANG WILLST DU DAS NO WEITER MACHEN? DARFTE KEVIN BEI MICH SPIELEN KÖMEN? NEIN! OK DARFTE KEVIN BEI M- NAAAAA Das Video ist Surprise von Minecraft Wow, wer hätte es gedacht? Ich meine, jeder hat schon mal Minecraft gespielt. Ich weiß nur nicht, ob ich euch den Sound noch einblenden, äh, mit reinschneid, weil... Eigentlich... Ich meine, manchmal hört man ihn zwar englisch reden, aber die meiste Zeit irgendwie versteht man ihn nicht. Oder er redet... PewDiePie ist... Äh... Norweger? Mafia? Mafia? Schwedisch? Ich weiß es wirklich nicht. Könnte es Schweden sein? Keine Ahnung. Aber vielleicht spricht er ja das. Gut, an meinen Stellen hört man eindeutig, dass er englisch redet, aber... Meiste Zeit... Verstehe ich wirklich nichts. Ich meine, was er macht, ist relativ offensichtlich. Sie haben deutlich Spaß mit dem Zombie in Dialoge, aber... Das muss ja auch schon ewig her gewesen sein. Das Video wurde 2008, glaube ich? Oder 2010? 2008? Ich glaube 2008 wurde es. Nein, sicher nicht. Minecraft kam erst 2009 raus. Dann war es 2010. Naja, auf jeden Fall Minecraft ist damals noch sehr sehr jung gewesen. Ich meine, man hat keine Hungeranzeige und alles mögliche. Die ganzen Texturen sind noch anders und so. Wenn ihr jetzt seht, das Zombie versucht ihn nicht mal anzugreifen. Was auch immer das Zombie da versucht. Ich meine, sie sind ja auch nicht im Kreativmodus oder sonst was. Das ist interessant so zu sehen. Oh, das... Ich frag mich nur, ob das wirklich das erste Video war oder einfach das erste Video auf dem Account. Es kann ja sein, dass PewDiePie davor noch andere Accounts hatte. Ich weiß nicht, ich hatte darüber mal ein Video gemacht oder irgendwas gesagt. Ich muss sagen, ich kenne mich mit PewDiePie nicht so gut aus. Oh, da war es still. Ja, das war es auch schon. Ja, ich habe PewDiePie mehr oder weniger erst kurz vor dem Erreichen von 50 Millionen Abonnenten kennengelernt in Anführungsstrichen. Das war es schon. Vielen Dank.